In den Sprüchen lesen wir einen ganz schönen, entscheidenden Satz, den ich dir heute echt zusprechen möchte. Dort lesen wir, dass wir Gunst und feine Klugheit bei Gott und den Menschen finden sollen. Gunst und feine Klugheit, das ist etwas, was wir von Gott empfangen sollen. Oft erleben wir ja Situationen, die wir als ungünstig bezeichnen. Mit ungünstig meinen wir Dinge, die sich nicht gut entwickelt haben, Dinge, die stagnieren, Sachen, die sich für uns wirklich nicht so gut entwickelt haben, wie wir dachten. Dinge, die wir anders eingeschätzt hatten, wo wir viel, viel mehr an Ergebnis erwartet hatten und wir sagen dann, das ist ungünstig für uns gelaufen. Aber heute möchte ich dir sagen, Gottes Gunst ist in deinem Leben wirksam. Er möchte dir Gunst und feine Klugheit bei ihm selbst und bei Menschen geben. Damit ist gemeint, dass Gottes Gunst spezielle Augenblicke schafft, in denen bestimmte Dinge zustande kommen. Bestimmte Kontakte kommen zustande. Bestimmte geschäftliche Abschlüsse, bestimmte zusammenwirkende Dinge, die du selbst nicht beeinflussen kannst, werden zustande kommen und werden in dein Leben hineinwirken. Etwas, was du nicht erwartet hast an menschlichen Machbarkeiten, wird Gottes Gunst in deinem Leben freisetzen. Er möchte, dass du mit offenem Herzen seine Gunst willkommen heißt und empfängst. Er wird dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen und er wird etwas in dein Leben geben, was du vielleicht ersehnt hast, aber so nicht erwartet hast. Er wird dich überraschen. Er wird dich beschenken mit seiner Gunst. Er wird etwas geben, wonach dein Herz schon lange gefragt hat. Und ich glaube, dass das etwas wirklich entscheidend Wichtiges ist heute für dich, dass du im Glauben empfangen sollst, dass du im Glauben nehmen sollst und Gott danken sollst, dass er Gunst in dein Leben bringen wird. Er wird Dinge zustande bringen, die du so nicht machen kannst und so nicht erwartet hast. Und ich weiß, dass Gott mit dir einen Plan hat, den er mit seiner Gunst antreibt, mit seiner Gunst quasi nach vorne schieben will. Er wird dir Gunst und feine Klugheit schenken. In der Bibel lesen wir noch einen Vers, da heißt es, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Er wird dir kein Gutes vorenthalten, sondern seine Gunst kommt heute in dein Leben. Du wirst etwas vom Herrn empfangen. Erwarte es mit großer Dankbarkeit. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.